So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Road to Champion in Rocket League 2 gegen 2. Wir haben gerade genau einen Stand und da habe ich mir überlegt, komm die Woche ist zwar vorbei, du machst aber noch ein Game. Einfach weil du sagst, du kannst es doch nicht mit einen Stand beenden. Ja, aber wenn ich das schon wieder sehe, frage ich mich, warum habe ich nicht einfach mit einen Stand beendet. Schade. Ach man, ich kriege ihn gerade nicht über die Gegner. Oh fuck. Lol. Als ob wir da beide vorbeigeflogen sind. Was ist das? Also es wird eigentlich das letzte Spiel heute, ich brauche hier nur noch Scheiße. Sehr schön, ausgeglichen, würde ich sagen. Jetzt haben wir beide irgendwie ein Tor mit Scheiße. Oh, der kommt gut. Alter. Schön. Ja, es scheint so, als würde er sich langsam warm spielen. Das funktioniert zur Zeit echt gut. Dann nimm du ihn. Dann gehe ich mal heute um die D-Defensive. Nein. Eindeutig. Nein. Auch nein. Nein! 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 What the fuck? Was für eine Parade. Nicht ganz. Jetzt hat er beides eingenommen. Boah. Sehr schön. Sehr gut. Warte. Und da würde ich sagen, ist das Spiel mal komplett aufgegangen. Gut. Schön. Schade. Hätte das funktioniert, wäre cool gewesen. Einmal vorbei. Dann kann er hoffentlich... Sehr, sehr gut. Da war der Fake da. Eindeutig. Das war eindeutig ein Fake. Ich bin nicht vorbeigesprungen. Oh. Positiv. Wir gehen positiv aus dieser Aufnahme raus. Oh, geil. Alter. Plus... Ja. Nee. Eher plus minus null. Alter. So. 5. Perfekt. Das steht wahrscheinlich nicht wirklich gleich plus minus null. Nee, plus 9,2. Aber ich habe das Gefühl, das zeigt nur an im Gegensatz zum letzten Spiel. Oh, was blinkt hier noch? Ah, hier noch. So. Nee, danke. Gut. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz in den Rocket Pass rein. Oranje. Wie viel habe ich? Ah, ich brauche noch... Äh... Okay, ich muss nur noch Level 80 werden. Dann habe ich den nächsten Rocket Pass wieder. Das ist wichtig. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Und wenn wir weitermachen sollen mit der Root of Champions, schreibt es mir in die Kommentare. Aber bisher macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Und... Ich denke, da werden wir auch noch... weitermachen. Das ist ein oder andere Spiel. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.